Auf dem Anschein diesmal zu joinen. Entdecken sie... Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Entdecken sie, wie er ist der Geist? Ich nehme die Kamera. Was soll ich nehmen? Und den EMF wieder. Die Videokamera. Nimm mal die Tasche. Video? Wo ist ne Video? Achso. Ne, normale Kamera meinst du. Ich nehme mal die Taschen...ja genau. Die normale Kamera. Und die Taschenlampe. Okay und dann los. Die sind noch nicht da. Hallo. Ich blende dich, ich blende dich, ich blende dich. Wie kann man da nochmal benutzen? Wie mach ich da auch die Kamera hier über die Schulter? Ja. Wie kannst du die Taschenlampe am Daussch halten? Mit Rechtsklick. Achso, ja. Bist du da, bist du hier. Ach, wir haben aber gleich die Scheiß-Map. Lächeln. Bitte lächeln. Hallo, ich will euch ne Foto von ihnen machen. Halt die Videofresse. Wann sind wir jetzt da? Wir sind da. Wir sind da. Drück...drück... Ach, das ist die neue Map. Och nöd. Moin Geiste! Habt ihr Bock euch jetzt zu melden? Bist du da. Warte mal, äh, lasst doch grad nochmal zurück in, äh, gehen. Wir müssen ja wissen, ob die... Der Geist auf... Zwei Personen oder auch noch... Kann man irgendwie sprinten? Ahm... Wir können ja gucken. Vielleicht finden wir eben zum Ebenwerk. Kann ich dir in die Schranke... Wieso guck ich hier... Warte, wie geht's hier rein? Wie geht's hier rein? Ich guck mal, ob ich irgendwie über die Schranke reinkomme. Kann's sein, dass es aber jetzt nur lokal gesprochen wird? Ja... Dominik. Dafür gibt's ja noch die Tasche Vorderung. Also jetzt hörst du mich besser. Hörst du mich? Jetzt hörst du mich besser? Äh, dann ist es B. Gut, okay. Ah, es ist B, es ist B, es ist B. Hörst du mich jetzt besser? Okay, äh, ich kann B, äh... We can rush him. Du musst B gedrückt halten, wenn du redest. Yes, äh, let's push him at B, ähm... There's the bomb. Kannst du mal den Schlüssel aus dem Schwack holen. Wir brauchen den Schlüssel. Okay. Ich such immer. Ohne Schlüssel kein Moos. Und ohne Moos nichts los? Bitte halt das Walkie Talkie gedrückt. Ohne Moos kein Trost? Ja, kommst du jetzt bitte flüssig? Ich möchte hier rein, verdammte F***. Ich bin schon aufm Weg. Nein, ich hab mein Ding weggeworfen. RIP. RIP. Einfach nur RIP, Manu. Wie, du bist doch reingekommen ohne Schlüssel. Was willst du? Ich brauch die Taschenlampe, mein Lieber. Ich seh hier nix. Du brauchst noch eine Taschenlampe auf der Schulter, oder nicht. Hey, wie kann ich die Hand schalten? Hey, ne? Ich weiß es nicht. Wie, wie kann man die Taschen ab anschalten? Ich hab mit Rechtsklick. Einfach, weil ich sie in der Hand hab. Du musst... Ja, ich hab... Ja, ich hab... Da müssen wir zusammenlaufen. Ja, wir haben noch keine Taschen. Lauf. Warte, leuchte mal. Boah, das ist schlimm. Und, du siehst schon was? Hey, hier ist nur im F1. Was tut? Wir bräuchten eigentlich, dass du einen Fieberthermometer hast. Haben wir einen Fieberthermometer? Ich weiß es gar nicht. Wir haben glaube ich nur Grundausrüstung. Bist du da? Bist du da? Zeige dich. Bist du da? Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Da war doch ein Zeichen, oder nicht? Gib uns ein Zeichen. Give us a sign. Will das denn? Ich seh nichts, Administrator. Ich seh nichts, Administrator. Ghost, show me your boobs. Also, ich hab die. Ich hab ne ganzen schwache Taschen. Gib us a sign. Gib uns ein Zeichen. Können wir so vielleicht in die Zellen? Ja. Warte, hier ist eine Kamera. Wollen wir uns die Kamera an kucken? Dann lass mich mal gerade allein in den Raum hier. Bist du hier? Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Nicht reinkommen. Gib uns ein Zeichen. Äh. Äh. Wie hinde ich dich auf? Los. Ehe. Ah, ich musste hier mich hinknicken, deswegen. Gib, warte. Äh, gib uns ein Zeichen. Wir sind Anfänger. Wir haben keine Ahnung. Gib uns ein Zeichen. Warte mal, bitte leuchte. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ach, hell, hell, hell. Gib uns ein Zeichen. Where are you now? Where are you now? No, 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 no. Gib uns ein Zeichen. Ich hab irgendwelche Steps gehört. Sandra Braun. Sandra Braun. Ich hab irgendwelche Steps gehört, die nicht von uns kamen. Ja, das ist schlecht. Den Namen sag ich am besten nicht. Moin Meister. Gib uns ein Zeichen, Alter. Ich hab keine Taschenlampe. Ich möchte dich finden. Du hast eine Taschenlampe. Ja, Bruder. Guck mal, wie hell die ist. Sehr hell. Ich seh hier gar nichts. Können die Batterien auch leer gehen von der Taschenlampe? Nein, gib uns ein Zeichen. Warte, warte, warte. Wo ist hier ein Klavier? Hast du ein Klavier auch gehört? Nee, ich hab irgendwas komisches gehört. Nee, ich hab ein Klavier gehört. Gib uns ein Zeichen. Ich hab ne Dose gehört. Ja, ne Dose. Gib uns ein Zeichen. Ich hab kein Klavier. Wissen wir hier. Wissen wir hier. Gib uns ein Zeichen. Wissen wir hier. Hier ist kein Klavier. Ich höre ihn quietschen die ganze Zeit. Gib uns ein Zeichen. Ich hab natürlich gehört. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ich hör grad nur rauschen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Geht er schon hoch? Was hat er für Fehlermeldungen? Lightning-Control. Können wir die anmachen? Doch, doch, yo! Wir können nicht alles anmachen, oder? Natürlich kann man Licht anmachen. Ja, wir können natürlich Licht anmachen. Ja, ist schon ein bisschen heller. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Wie mach ich eine Tür auf? Link, link. Ich hab ne... Ich hab grad was gehört. Irgendein Quietschen. Ja, ja. Ja, ja. Brauchst du ne Zahnbürste? Warte, sei mal ganz ruhig. Geht uns ein Zeichen. 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 Ja. Jawohl, das ist ein Zeichen. Mhm. Ja, man hört das zu viel. Ok, hierhin funktioniert die Lichtsteuerung anscheinend nicht. Oder müsste man bei jedem Computer das einzeln machen? Ich bin nicht rasiert. Nirgendwo. Da war ich aber hier. Ok Google, äh, falsch, sorry, stopp. Gib uns ein Zeichen. Ok Google, gib uns ein Zeichen. Hier ist sogar ein Lichtschalter. Oh, perfekt. Kannst du mal gerade gehen kommen? Ich möchte hier den Lichtschalter haben. Du weißt, warum machst du die Tür zu? Guck mal hier nach dem Lichtschalter bitte. Hast du zufällig einen Stemmhammer und einen Auskreiser mit? Ja klar, hab ich immer dabei, wenn ich Geister jäge. Ja, okay. Ok, ja, ich wollte hier noch einen Schalter nennen. Selda wie, danke für deinen Raid mit sechs Leuten. Kurz geht raus. Und willkommen im Stream. Gib uns ein Zeichen. Warte, hier, 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 hier ist nicht. Ok, ich wollte den Feueralarm gerade auslösen. Oh, ein Desinfektionsblender. Ja. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Was geht? Was geht, Geist? Was habt ihr gerade gestreamt? Hm? Hast du ein Licht ausgemacht? Gib uns ein Zeichen. Nein, die Sicherung. Ach so. Wollen wir doch mal die Sicherung wieder reinmachen, ne? Und vielleicht die Sicherung tauschen oder so. Gib uns ein Zeichen. Wo ist das, Geist? Keine Ahnung. Wo sind wir wieder hier? Wir rennen die ganze Zeit im Kreis. Das ist... Ja. Das ist doch komplett los. Lass doch mal was da bei Visits. Was da da ist. Ja. Wobei, ne, das ist ja hier nur dieser Raum, ne? Geist ein Zeichen. Ja. Ähm. Warum haben wir auch direkt die große Map genommen? Ich weiß es nicht. Aber Sicherung ist da raus. Deswegen funktioniert es ja nicht. Ja, ich weiß. Warte, lass mal da zum Truck gehen. Okay. Okay. Alter, Alter. Man, wir müssen uns grad mal den Plan anschauen. Okay, machen wir. Ja, auf die Distanzrede. Am besten mit dem Wocky-Tocky. Ja, okay. Mach ich. Ich wusste nicht mal, dass es einen Plan gibt. Ja, doch. Hier gibt's einen Plan. Oh, Alter. Ich war grad... Ich war grad... Ich war grad... Ich war grad... Ja, äh. Auf jeden Fall. Danke für den Rage. Und, äh. Schön, dass ihr da wart. Und vielen Dank für den Follow. Jetzt gibt's immer noch ne obere Etage. Ach du Scheiße. Ja. Unterliegen muss... Die Ma... Die... Das kenne mich. Mistproxy, danke auch für deinen Follow. Okay. Ach so, die Videokamera soll ich nicht mitnehmen, ne? Nein, 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 die kannst du hier lassen. Nimm mal das, äh, äh. Das Rotding mit. Ach das gibts auch noch. Oh, komm. Ja, so habe ich wenigstens ein bisschen Licht, ne? Ja okay, aber es könnte uns ja auch helfen, oder nicht? Ja, ja, das kann ja Fingerflöte sein. Aber dass es nur eine oberige Etage gibt, Alter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, zumal die Map gerade als Einfänger gekennzeichnet wurde. Ich verstehe dich nicht. Ja, es ist ja auch Anfänger, ne? Wir spielen halt auf leichter Schwierigkeit. Ja. Okay, komm. Dann pack die Geschenke aber ganz schnell ein. Langzeit hast du ja glaube ich nicht mehr. Kann man die Spinne öffnen? Ja. Kleiner Moment, ich bin gleich wieder da. Hier hoch? Äh ne, eigentlich habe ich keinen Lust auf Gottesdienst. Geht uns ein Zeichen. So, äh... Weiß wer jetzt nicht woher ist? Ich hab die oben jetzt. Geht uns ein Zeichen. Äh... 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 Spaß noch. Ich wünsche euch ein schönes und sendet ihr zweites Fest. Das wünsche ich jedenfalls. Und viel Spaß mit den Geschenken, die wir später auch kriegen. Dominik, ich hab ein Zeichen bekommen. Wo? In der Kirche. Das heißt, es wird oben sein. Hier ist noch... Hier, komm, hier. Hier, komm, wir weiter. Okay. Geht uns ein Zeichen. Ich bin hier falsch. Aber vielleicht ist hier auch einfach nur oben. Das heißt, wir nähern uns langsam. Ich hab ne Tür gehört. Abelopp. Ach, es gibt ja noch mehr Gefängnisse. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gut, dass hier keiner mehr sitzt. Gib uns ein Zeichen. Hast du das Klavier auch gerade gehört? Nein, ich hab kein Klavier gehört. Ich hab aber eben halt, als wir da reingegangen sind, kurz nachdem noch ne Tür gehört. Oder was quietschen. Weil ich glaube, hier sind wir falsch. Ich hab grad wieder ne Tür gehört. Oder was quietschen, zumindest. Geist. Ich höre halt die ganze Zeit ein Klavier. Wie kommen wir nach oben? Geist. Doch, doch. Aber ich find die nicht. Zeichen. Ich hätte auch gedacht, dies ist möglich, weil am Anfang ist die Treppe. Geist. Gib uns ein Zeichen, bitte. Wir werden dich finden. Aber dass die echt so schlechte Sicherungen haben müssen, dass wenn man zwei, drei Lichter anschaltet, dass die Sicherung rausfliegt. Geist. Gib uns ein Zeichen. Will, was geht? Gib uns ein Zeichen. Ganz gut. Und selbst? Hier hinten. Vielleicht sogar hier oben. Da eben meinst du ist er, oder was? Da eben meinst du ist er, oder was? Ja, wir kommen da auch. Da hab ich grad was quietschen gehört. Ja, ich hab auch was quietschen gehört. Ja, hast du den Schritt auch gehört? Gib uns ein Zeichen. Ne, aber quietschen hab ich gehört. Wie kommt man da hoch? Wie kommt man da hoch? Bist du hier? Du wirst wahrscheinlich nicht hier frei aussehen. Bist du hier? Ich hör Gas. Geh mal in den anderen Raum bitte. Bist du hier? Ich hab irgendwie sowas Gas mäßiges. Hier ist ein Zeichen. Ja, hier ist er. In dem Raum? Da war wieder die Tür. Geh mal grade bitte aus dem Raum raus. Sag, wenn du raus bist. Sag mir, wenn du aus dem Raum raus bist. Ich bin schon aus dem Raum raus. Bist du hier? Ja. Ja, äh, die drückt J. Komm wieder rein, komm wieder rein, komm wieder rein. Äh, auch gut. Ist ja Weihnachten auch, wenn wir nichts verschenken. Ach, ihr habt ja schenkt mir nichts. Äh, ist aber trotzdem. Was? Was? Was ist? Der war neben mir. Der war neben mir. Wollt ihr euch umbringen? So, drück J. Wir haben, wir haben die Geisterbox. Äh, Beweise, was? Geisterbox. Geisterbox, ja. Genau. Wir haben auch die Stimme gehört. Was hat, ich hab, ich weiß, was hat sie nochmal gesagt? Ich hab's nicht mehr, ich hab's nicht mehr im Kopf. Ja, fahr, weit. Der ist auf jeden Fall hier. So, warte, wir können jetzt nach Fingerabdrücken gucken und äh, sonst noch das Geisterbuch und EMF. Was hast du noch für Sachen? Hast du die Kamera? Ich hab nur die Taschenlampe und Kamera. Hast du die Kamera? Hast du die, äh, Videokamera? Die Videokamera? Ne, ey, die ganz normale Kamera da. Bild. Dann lass uns wieder gehen und lass neue Ausrüstung wollen. Ja, wir sollten... Da ist er, da ist er, da ist er! Hörst du das? Weiß! Mach'n Foto, mach'n Foto. Mach'n Foto, mach'n Foto. Man sieht's nicht richtig. Ja, aber, wir sehen's geklappt haben. Rennen, komm, wir müssen jetzt hier raus. Man kann nicht rennen. Ja. Du kannst Schiff drücken, aber du gehst dir schneller. Ja, bei uns geht's gerade relativ. Mit der Helligkeit, beziehungsweise ich hab auch ein Low runter. Beziehungsweise ich, nur ich schalte sie ab. Ich könnte gleich auch nochmal Low richtig runter machen. Alter, direkt am Eingang, ne? Wie, wie kommt mir die Scheiße übersehen? Ja, voll wie jetzt. Direkt am Eingang. Ähm, meine Taschenlampe flackert. Ist das hier... Was ist hier? Halt die Fresse. Ich bin... 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 Ich bin großartig... Ich bin großartig... Warum für sie schwer ihn hat? Ich bin größer... Ich bin... Komm, weg, 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 weg. Sind sie eingesperrt? Gehabt? Wenn Licht flackert und du Schritte hörst, Fresse halten und Licht aus. Okay, wusste ich nicht. Das heißt, er ist jetzt nicht mehr da in den Raum. Er ist jetzt im Vorraum. Kann er auch rauskommen hier in den Truck oder? Manu? Nein, kann er nicht. Gut, ich mach mal kurz Rolo richtig komplett runter. Warte kurz. Nimm dir mal bitte die Videokamera mit. So, Smart Home Steuerung ist noch nicht eingebaut, deswegen noch der alte Schalter. Nimm dir bitte die Videokamera mit. Kann ich durchgehend ein Video machen, oder? Ja, die kann ich jetzt gleich. Die muss wieder hinschalten. Ey, ich hab die jetzt auf grün, ne? Ja, genau. Dann nimmt er... Kann ich auch irgendwie Licht an der Kamera anschalten? Kann man Licht an der Kamera anschalten? Äh, ich... Tee. Ah, perfekt, danke. Das ist kein gutes Zeichen. Ich glaub, man sollte es auslassen, weil da ist der Geist dann noch. Da muss ich nur gerade gucken. Äh, okay, die ist jetzt drin. Ähm, äh, was war das nochmal für ne Taste? Verdammt nochmal, halt deine Fresse, wenn der Geist da ist. Jetzt komm. Mach mal Licht. Dominik, du hast mich fast umgebracht, der scheint genau neben mir. Du musst geklappen. Schon? Mhm. Ich hab da noch auch nur... Nicht gesehen. Geht sehr gut. Ähm... Genau. Können wir irgendwo die Sicherung wieder reinmachen? Jetzt. Können wir, aber was bringt es sonst? Licht. Ich fliege ja sozusagen wieder raus, sobald es irgendetwas gesehen wird. Schritte! Okay, das war nur ein Schritt. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Der war auch wieder ein Schritt hin. Und platziere mal... Der ist hier. Irgendwo. Hast du das auch gehört, der Wind? Der Wind. Der war rein ab. Wir haben einen gefallenen Plastik. Der ist hier. Der Taschlampe hat geflackert. Der ist hier. Der Taschlampe hat geflackert. Manu? Dominik. Manu? Dominik, bist du tot? Manu? Manu? Wahrscheinlich, oder? Scheiße. Ich wollte ihn nur warnen. Ich wollte ihn nur warnen. Was kann ich als Toter noch machen? Er hat mein Leich nicht gesehen, oder? Ich geh ihn einfach mal hinterher. Er ist ja schneller als ich. Du siehst den Geist als Toter, wenn er jagt. Okay. Nur wenn er jagt, oder? Äh, auch so. Oh. Alter, 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 Alter. Ich muss hier mit Vorki-Zaki reden, sonst hörst du mich nicht mehr. Äh, ich guck mir grade an. Ähm. Guckt sich. Ich wette mit dir, da gibt's ein Geister-Orb. Okay. Aber ich guck gleich noch mal grad nach. Äh, Fingerabdrücke waren nicht. So, jetzt ist eben der Stelle 10. Alter, das ist aber richtig... ...hart, hell. Oh, den wird hier sag ich mal. Kann man als Geist noch irgendwas großartig machen sonst? Den haben wir auch nicht. Also, welche Beweise könnten wir haben? Eine Geister-Box haben wir. Geister-Orb und vielleicht Geschirr? Fast nicht. Äh... Fingerabdrücke. Ähm... Wähl mal bitte den Poltergeist auf. Also drück J, gib da einen Geister-Orb-Box, Geister-Orb und Fingerabdrücke. Und du hast den Geist fotografiert, das ist gut. Äh, ich... In 10 Sekunden fahr ich weg. Ich hab keinen Bock mehr. Alter, du bist tot. Ich hab alles eingestellt. Ich hab alles eingestellt. Sei so ein Poltergeist. Alter. Alter. Oh Gott. Alter. Der Geist war ein Poltergeist. Glück gehabt. Das Poltergeist. Das war ein Poltergeist. Alter. Ey. Ich dachte, scheiße. Wie warte ich dich jetzt? Weil ich muss irgendwie reden jetzt, dass du Bescheid weißt, weil du noch gelabert hast und sowas. Naja, ich hab aber ganz schnell... Und dann hat er mich direkt... Ich wollte still sein, da hat er mich schon direkt geholt. Dass du die Ahnung gesessen, dann cannot fix." Halt zurück. Na das muss nur來llen, dann sitzt er auf der weg.